es hat geist schwäche leute geist schwäche ich weiß gar nicht scheiße ich hab die falsche attacke ausgewählt lol aber ich bin so ein noob alter ich hab die falsche attacke ich hab die falsche attacke ausgewählt oh geil ich überlebe das wort ane ist verhöhner gesperrt ok nein und in sein ich bin in die falle vollgetappt und jetzt kill ich mich ohne selbst schade aber ich hab noch meinen psianer und mein psianer ist auf jeden fall der matchmaker so jetzt muss ich noch mal gucken also ich mache auf den typen mit gift nur damage mit psycho mache ich auch ganz gut damage mit stahl stahl attacke habe ich nie also und fe macht auch plus einmal also mache ich eine psycho kinese komm hitze collar okay macht nie so viel damage okay spezialangriff ja reicht und jetzt kommt zwar wann wer schneller ist entweder er oder also entweder sein gardewoer oder mein psianer oder mein psianer und ich hoffe es ist kein was macht denn eigentlich geist geist auch plus auf einmal ja psychokinese macht eindeutig den meisten damage muss psychokinese machen was anderes bleibt mir üblich jetzt sind ja ich bin schneller ja komm kill 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 hä moment ich habe glaube ich gerade scheiße gemacht leute ich hätte ich glaube shadowball oder sowas gehen sollen ich hätte ich glaube shadowball oder sowas gehen sollen es hat geist schwäche leute geist schwäche wenn ich ein noob es hat geist schwäche ich hätte einfach shadowball machen sollen boig mo wo Vielen Dank.